Hallo Leute! Ich darf euch heute unsere Herbstaktion 2023 näher bringen und begrüße euch dazu recht herzlich zu unserem Video. Wir haben sich wieder ein paar Gedanken gemacht, was Neues, was wir noch nicht gehabt haben, was alt bewährt ist, wo euch gut geholfen ist damit und wir steigen jetzt einfach gleich ein. Anfangen wir mit dem Ram Fan Akkulüfter, der mit dem Milwaukee M18 12 Ampere Stund Akkus betrieben wird. Da haben wir ein Set draus gebastelt und das wird für euch echt richtig richtig gut und heiß werden, denn beim Kauf dieses Lüfters kriegt ihr quasi das gesamte Ladeset, nämlich die 2 12 Ampere Stund Akkus und das Schnellladegerät, kostenlos mehr oder minder dazu. So ist der Setpreis gebracht. Darüber hinaus haben wir drinnen einige Milwaukee Aktionen, einmal mit der Säbelsäge im Set, einmal mit der Kettensäge im Set. Schaut euch das an, denkt, das hilft euch und die Geräte haben sich echt wirklich bewährt. Und alt bewährt ist schon unser Milwaukee HOS ALC Baustrahler, der mit 6000 Lumen, 2,20 m Höhe Auszug und quasi ein Rundumlicht, praktisch anschlagbar ist. Und was da echt genial ist, der kann akkubetrieben werden und aber auch kabelgebunden betrieben werden. Dann unsere Helm-Jahresaktion, die wir dann einmal bewerben wollen, denn da ist euch sicher geholfen damit und aus der Rettermesse heraus hat es ergeben, dass bei den technischen Handschuhen ein hoher Bedarf da ist. Auch da haben wir ein Modell ausgewählt, das preislich für euch wirklich attraktiv ist und ganz sicherlich euren Bedarf abdicken kann. Genau, dann was Neues in dem Sinne, haben wir in der Aktion noch nie gehabt, Gas-Warm-Geräte. Einmal ein Eingas-Warm-Gerät, einmal ein Vier-Gas-Warm-Gerät, beim Eingas natürlich auf Kohlenmonoxid-CO ausgelegt von MSA. Da bitte schauen, gibt es schon sehr guten Preis bei einem Stück, aber ganz, ganz interessant wird es dann ab fünf Stück. Auf der anderen Seite haben wir das Vier-Gas-Messgerät, alte A4XR, mit CO, Sauerstoff, H2S und natürlich dem Ecksensor. Das ist auch das Gerät, wie es in der Förderung des Landesverfahrens Oberösterreich drin ist. Macht echt Sinn und ist eigentlich ein Dauerbrenner. Auf der Rückseite haben wir das Hooligan-Tool-Set mit der Oxt und dem Strap dazu, das einfach eine super Kombi ist und wir bieten natürlich auch dazu, viele wissen das wahrscheinlich noch nicht, auch eine Schulung an, wie gehe ich damit um und üben das mit unserer Übungstür im Sinne des raschen Eindringens in einer Brauntraumwohnung zum Beispiel. Aber wir zeigen dabei auch, wie kann uns das Hooligan-Tool bei einem Verkehrsunfall oder ähnlichen Dingen helfen. Genau. Die Aktion selbst ist gültig vom 2. November bis 20. Dezember. Warum 20. Dezember? Das ist eigentlich unter der Woche. Für uns aber wichtig, dass wir noch ein, zwei Tage hinten nachher haben, wo wir noch die Sachen aufarbeiten können und euch noch die Infos geben können in der Zweckslieferung und der ganzen Abwicklung. Genau. Wer ist ja dann schon Weihnachtsurlaub? Und das ist das Stichwort. Wir haben ja auch dieses Jahr wieder vor, unseren Puntstand mit Inventur-Aufverkauf zu machen und euch hoffentlich dort begrüßen zu dürfen. Und das wird sein am Freitag, den 1. Dezember, Nachmittag und Abend. Genaue Infos dazu kommt natürlich noch. Würde mich freuen, wenn wir euch dort sehen, mit euch ein wenig quatschen können. Natürlich gerne über die Aktionen, aber alles andere, was wir da haben. Und auch so ein bisschen über das abgelaufene Jahr und das, was dann so in den nächsten Jahren ansteht. Es gibt sicher bei euch viele Neuigkeiten, die für uns interessant sind und umgekehrt. Gibt es vielleicht das eine oder andere, die es euch auch interessiert, was sich denn bei uns so tut. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns am 1. Dezember sehen. Und falls Vorabfragen sind, bitte einfach melden. Unsere Kontaktdaten habt ihr mittlerweile und stehen auch bei der Aktion hinten drauf. Online sind es natürlich auch zu finden. In dem Sinne, macht es sich gut bis dorthin und wir sehen uns.